Herr Präsident, meine Damen und Herren, der seit nunmehr fast 20 Jahren alljährlich zu Pfingsten stattfindende Karneval der Kulturen und sein großartiger Straßenumzug mauserten sich inzwischen zum größten kulturellen, ich betone kulturellen Straßenfest der Stadt und wurden zu einem internationalen Markenzeichen Berlins. So etwas setzt man nicht leichtfertig aufs Spiel und desto erschütterter bin ich, dass der Senat und die Koalition, die seit vielen Monaten die Hilferufe und Warnungen ignorierten, die nachdrücklich darauf aufmerksam machten, dass die bisherigen Organisatoren an die Grenze ihrer Kapazitäten gelangt seien und die erheblichen Aufwendungen in puncto Sicherheit, Gebühren etc. pp., Sie kennen das, mit dem bisherigen Förderinstrumentarium einfach nicht mehr zu stemmen seien. Und was tat man? Man tat mehr als nichts, man tat nämlich gar nichts. Die Integrationsbeauftragte des Senates saß im Kontrollgremium des bisherigen Veranstalters, keine Ahnung, was sie da registriert hat, jedenfalls scheint sie nichts mitgekriegt zu haben. Frau Kohl hat hingegen teilte Anfang Januar mit, dass man sich von der Werkstatt der Kulturen als Veranstalterin getrennt habe, nachdem die Werkstatt allerdings ihrerseits erklärt hatte, dass sie zu den bisherigen Konditionen nicht mehr zur Verfügung stünde. Frau Senatorin, das ist so ein bisschen Wechsel-Dog-Politik. Pardon. Dann überraschten Sie die Stadt mit der freudigen Nachricht, dass alles gut sei, weil für 2015 ihrerseits genauso viel Mittel zur Verfügung gestellt würden, wie im vergangenen Jahr. Toll. Und ich weiß nicht, für wie beschränkt Sie uns und die Berliner Öffentlichkeit eigentlich halten, weil genau diese nicht ausreichenden Mittel ja zum bisherigen Crash führten. Erstes Problem, Frau Kohl hat. Sicherheitskonzept und Straßenreinigung. Aha, jetzt wartet Sie darauf, dass man Ihr was sagt. Erstes Problem. Sicherheitskonzept und Straßenreinigung. Warum in Dreiteufels Namen, Frau Senatorin, waren Sie nicht in der Lage, zum Beispiel den Straßen umzuheiz politische Veranstaltungen anerkennen zu lassen? Das hätte einiges erleichtert. Okay, zulasten der Einnahmesituation der öffentlichen Hand. Dafür hat jetzt Berlin aber den politischen Schaden. Zweites Problem. Sponsoring. Eigentlich was ganz, ganz Kleines. Die Gruppen haben einen Forderungskatalog aufgestellt. Das ist, wenn man es genau liest, eher noch eine freundliche Bittstellerliste. Ein Beispiel. Warum sind Sie bzw. Frau Lüke nicht längst wieder in den Dialog mit den Wasserbetrieben getreten, wenn Ihnen der Weg da zu weit ist? Hier sitzt die Wirtschaftssenatorin, Frau Üser. Reden Sie mit der? Um zum Beispiel ein einmal gehabtes Sponsoringmodell in Sachen Wasser für die Gruppen wieder zu beleben. Manchmal fängt es im Kleinen an. Drittes Problem. Der Veranstalter. Vor 14 Tagen kündigten Sie eine, Zitat, gemeinnützige GmbH an. Ganz, ganz geheimnisvoll. Vorgestern gab es die noch nicht. Jetzt wollen Sie uns in der nächsten Woche irgendetwas erzählen. Frau Kohl hat in vier Monaten des Pfingsten, in vier Monaten, 16 Wochen, und außer vier Gerede ist bisher nichts gewesen. Und wer soll Ihnen nach den vielen Gerede ohne konkrete Folgen eigentlich noch glauben? Wir jedenfalls nicht. Wir fordern eine ausreichende Finanzierung des Karnevals für 2015, egal wer ihn organisiert. Das zum Punkt 1 unseres Antrages. Da steht Werkstatt der Kultur und bitte verstehen Sie das als Platzhalter. Und für 2016 und die nachfolgenden Jahre wollen wir Planungssicherheit. Deshalb unsere Forderung, den Karneval der Kulturen mit einem ordentlichen Haushaltstitel im Kulturetat zu verankern. Das ist eine Kulturveranstaltung. Das heißt ja nicht, dass die arme Kulturverwaltung den jetzt durchführen soll. Sie soll ihn aber ermöglichen. Dass sie dazu in der Lage wäre, hat nicht zuletzt das beeindruckende Fest zum Jubiläum des Mauerfalles gezeigt. Deswegen unser Antrag. Deswegen und nur deswegen. Die Kollegen der Grünen werden gleich erklären, dass Ihr Antrag natürlich noch viel besser sei. Gerne. Wie auch immer. Gerne. Allerdings sagt Ihr Text nichts anderes als der unsere aus, als etwas unverbindlicher formuliert. Bitte schön. Aber das ist mir genau genommen egal. Weil uns ist wichtig, dass der Karneval der Kultur nicht stirbt. Und wer dann dafür das Copyright beantragt, bitte schön. Bitte schön. Das ist sekundär. Aufgabe des Parlaments allerdings, Frau Kolat, ist es nicht, die Arbeit des Senates zu machen. Gerne hätte ich geschlossen mit dem Hinweis, bitte schön, Herr Regierender Bürgermeister, Herr Müller, übernehmen Sie. Herr Müller ist nicht da. Die Senatsbänke sind fast leer. So, dass ich nur Dante zitieren kann, leicht persifliert, leicht persifliert, lass, der du Hoffnung auf den Senat setzt, alle diese Hoffnung fahren. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Jetzt schon. Aber...